Hallo! Hallo! Du warst doch hier gerade schon im Moment. Ja! Guten Tag! Guten Tag! Ich wollte hier gerade mal mit den Leuten wissen, was jetzt passiert. Gereden mit denen. Ich habe das nur gehört und deswegen dachte ich mir, ich spreche das direkt mal an wegen offener Kommunikation. Das ist wichtig. Das schätzen wir sehr. Wie im Team arbeitet. Ja. Wir sind ja in Wolfsrudel. Ah! Da kommt noch der Halbmund hin mit dem Schwert. Ach, das Hellermund-Logo? Nein. Nicht wirklich. Aber der Name ist ein Schaltfelder. Also die, was? Also Prade macht immer gerne vor Gigs oder vor Videodrehs immer ein neues Tattoo. Wenn wir mal auf Tour gehen, hat der Probleme. Keine freie Haut mehr. Ich bin ja Gott sei Dank fertig. Ich krieg nur dieses scheiß Mikro hier nicht gerade drauf gedreht. Kauft man sich so neue Ständer und dann ist das hier. Schräg! Huck! Huck! Benne! Huck! Unglaublich! Man kann das zwar so mega geil, aber gerade drauf schrauben. Nee. Jetzt schreibt irgendeiner in die Kommentare. Da musst du nur den Stift durch die Lasche ziehen. Kannst du mir mal helfen? Ja komm. Schon wieder schief gegangen. Ja. Ich komm. Ich weiß auch nicht, wie das schon wieder passiert ist. Ja, das ist besser als Wellness, ey. Das sieht hier kommt aus. Ja, das kannst du den ganzen Tag machen. Ich? Ja, ich so. Ach so. Augen zu Rodan Kaiser. Gestreichelt werden, ne? Kopfmaßhase. Ja. Ach. Ich schlag gleich ein. Streich. Wir hören immer Roland Kaiser. Genau. Du guckst auch so unglaubwürdig so hinter der Kamera. Das ist ein Ritual. Hallo. Licht an. Ja komm, ich mach das auch im Dunkeln. Ja, dann macht aus. Macht aus. Hier sehen wir ein frei laufende Silke in ihrer natürlichen Umgebung. Ja. Immer dabei bei Silke gehören Schwämme, Handschuhe, Tücher und Farben. Witz. Ich kann das nicht. Dann gehen wir halt wieder. Experten. Wir machen nicht nur Musik, wir zaubern hier. Super. Haben Sie irgendwas zu sagen? Zylinder sind einfach geil. Ziemlich, ja. Melonen sind natürlich auch immer schön. Die Doppelmelone, die ist schon schön. Ist schön. Wir brauchen einen Rassisten, Leute. Wasch ist rausgebrochen. Was? Die hat mich grad gekündigt. Warum? Weil was los? Das ist ja gut früher. Gehen. Das gibt's hier nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. viel Blöden, das gibt's hier, ne. Das ist ja nicht. So würden wir mal machen. Das ist ja gut. Das stimmt. ich war wieder jungler da noch war das album habe ich gar nicht dein geburtstag ist ja noch dieses jahr aber das ist schon eine rarität ja deswegen habe ich das wahrscheinlich nicht darf ich weiter ja klar natürlich